Heute starten wir mit der Ideenfindung für den Creative Workspace von Schönhässlich. Das ist eine Agentur von zwei Jungunternehmern und die möchten gerne einen kreativen Raum und das ist eine Herausforderung in puncto Licht, Akustik und Flexibilität. Die Jungs kommen jetzt gleich vorbei und dann starten wir mal mit einem kleinen Brainstorming, was Sie für Ideen haben. Also was wir benötigen ist eine Videoecke. Wir haben eine ganz spezielle Säule mitten im Raum, die muss irgendwie kreativ mit genutzt werden. Vom Farbkonzept wollen wir schwarz-weiß sein. Also alles sehr sehr edel schlicht gehalten. Und wir brauchen ein oder zwei flexible Arbeitsplätze. Sitzen mit Sitzwürfeln und so weiter. Das sind so wirkliche Skaterrollen. Es muss modular sein. Und wir hätten auch noch die Akustik damit gelöst. Tische flexibel, nicht flexibel. Kann man gut arbeiten glaube ich. Und dann kriegen wir da was Farbiges. Die Bench. Bench ist safe oder? Einziges Problem, wir dürfen bauertechnisch nichts verändern. Der Vermieter, der macht uns die Hölle heiß. Ihr macht uns echt nicht leicht Jungs. Deine Bis zum nächsten Mal.